Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Wildflowers. Ja, es ist leider der letzte Tag vom Temposchub. Das heißt für mich, dass ich mal gucken werde, dass ich nochmal welchen davon mache. Achso, die einen, die brauche ich dafür, ja. Wir machen erstmal zwei davon. So, dann würde ich auch gerne nochmal eine Geisterflamme machen. Dazu brauche ich, ach genau, Kupfer und Kalzium. Kalzium können wir machen. Und Kupfer können wir auch machen, aber dauert halt eine Weile. Wobei, ich würde sagen, Kalzium könnten wir schon mal zwei nochmal im Petto machen. Kupfer dauert ja noch eine Weile, das heißt, die müssten wir mal hintereinander machen. So, ah, sehr schön. Nein, da hat wir das Falsche ausgewählt. Da. Wir können dann nämlich wieder ernten. Sehr geil. So, die... Oh, du sollst da nicht rüberspringen, du sollst nur auf die andere Seite gehen. 30 Minuten noch, naja, gut. Die sollten wir nochmal auffüllen. So, unser kleiner Roboter-Sklave ist wahrscheinlich jetzt leer, ne. Das heißt, wir müssen alles selbst machen. Weil ich ehrlich gesagt keine Lust habe, jetzt ständig dafür irgendwelche von diesen Energiesteinen zu verschwenden. Das Gute ist ja zumindest, die Bäumchen müssen nicht gegossen werden und die Blumen, wenn sie fertig sind, müssen nicht gegossen werden. So, machen wir das nochmal wieder voll. Weil wir brauchen das ja für unsere kleine Parallelwelt dann auch nochmal. Oh, look at the head scratchers. Zwei Grillen, sehr schön. Äh, ne, die halbe... oder? Ich wollte gerade sagen, die halbe Stunde ist schon wieder rum. Äh, der braucht noch 10 Minuten. Dann gucke ich nochmal eben unten schnell, ob wir hier noch irgendwo was Unkraut haben. und danach werde ich das dann rausholen können. Wobei gucken relativ ist, weil mir laufen immer noch die Tränen die ganze Zeit runter. Also, ich bin schon sehr, sehr froh, dass das wenigstens ein Spiel ist, wo ich nichts vorlesen muss in der Regel. Weil sonst hätte ich gerade wirklich ein Problem. Oh, alt, an mir kommst du nicht vorbei. Äh, ich habe jetzt nichts gefunden, aber ich hatte... Doch, ich hatte noch einmal übrig. Okay, dann können wir das auch schon mal reinziehen. Das ist auch fertig. Was ist mit dem? Ah, ne, das ist leer. Ach. Ha, was drücke ich denn hier die ganze Zeit? So. Äh, dann gehen wir erstmal kurz nach oben. Genau. So, und schauen mal, ob wir hier noch irgendetwas finden können. Ja, natürlich auch was zum Ausbuddeln. Einmal Geld. Ah. Der ist das Richtige, ja. Nochmal Geld. Das würde ich gerne in Real bekommen. Einfach mal Geld. Geld. Ich meine, Rezepte sind auch schön, aber in der Realität würde ich natürlich lieber... Oh, warte mal. Da ist noch was. Würde ich natürlich lieber Geld als Rezepte haben. Wobei, streng genommen, mit dem Geld könnte man sich theoretischerweise Rezepte kaufen. Wobei das hier natürlich ein bisschen was anderes ist, weil man bekommt dann so, weiß ich nicht, 20, vielleicht mal 30. Ja, hier jetzt 36. Da kann man nicht so wirklich Rezepte, glaube ich, verkaufen. Ich habe jetzt die Preise nicht mehr, obwohl... Ja, nee. Ich glaube, das war 100 für das günstigste Rezept, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wobei wir auch mal Rezepte nochmal kaufen müssten, fällt mir gerade ein. So, jetzt gucken wir mal. Erstmal die ganzen... Nein, 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 nein. Nicht wieder alle auf einmal. Achso, stimmt. Ich habe ja noch ein neues Küken. Wo ist das denn eigentlich? Ich habe es hier mal ausprobiert, dass ich mal eins geopfert habe und mal verkauft habe. Ich dachte eigentlich, ich hätte irgendwo mal gehört, dass man ein Tierfett bekommt. Aber entweder gibt es das tatsächlich nicht bei Hühnern. Oder ich weiß auch nicht. Ich meine, das ist gut, dass die mir jetzt dafür ein bisschen Fleisch gegeben hat. Ne, Hühnerfleisch. Das finde ich cool. Dann hat man das zum Kochen später mal. Aber dieses komische Fett, dieses Zeug... Ja gut, das kann man bei ihr kaufen zur Not, glaube ich. Und ich meine, wir haben ihr damit jetzt auch mal einen Gefallen getan. Das war jetzt auch nur ein Test. Ob wir bei ihr, ja, die Herzen dadurch ein bisschen höher kriegen? Scheinbar ja. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt jedes Mal funktioniert. Ich will es auch ehrlich gesagt nicht ausprobieren. Weil ich mag meine Hühner. Und wenn die jetzt nicht irgendwie in Altersschwäche sterben sollten oder so, Ich weiß ja nicht, ob das hier in dem Spiel möglich ist, dass Hühner oder Tiere generell an Altersschwäche sterben. Wobei man ja dazu sagen muss, ne, es ist jetzt ein Winter, also noch nicht mal. Wir sind noch nicht mal im Winter angekommen. Es ist noch kein Jahr vergangen. Wir haben ja, glaube ich, im Frühling gestartet, wenn ich mich richtig erinnere. Nein, halt, stopp. Nein, bleib hier. Ich wollte gar nicht Escape drücken. Ich bin heute irgendwie wieder, das ist wieder der Escape-Tag. Ich drücke wieder nur noch Escape, obwohl ich es gar nicht will. So, da haben wir jetzt alle, ja? Dann haben wir ein braune Schaf. Ich meine, jetzt, wo ihr ein bisschen mehr Auslauf habt, habe ich zumindest das Glück, dass ich so einigermaßen sehen kann, wen ich schon hatte und wen noch nicht. So, bleib stehen. Aber es ist wirklich geil. Also, dass wir die zumindest nicht mehr füttern müssen, finde ich richtig geil. So, Moment. Ein schwarzes Schaf. Und wo ist das andere schwarze Schaf? Da. So kann ich das am besten unterteilen. Also, unterscheiden. So. Butterblumen. Och, ist das süß, wie die gerade hier rumgelaufen ist. Ja. Eigentlich müsste... Oh, sie gibt mir mal drei Milch. Ich wollte gerade sagen, eigentlich müsstest du mir wieder drei Milch geben, weil du bist doch jetzt... Du gehörst doch jetzt noch mehr zu den glücklichen Kühen. Ich habe dich doch gerade gestreichelt. Warum geht das nicht weg? Das geht nicht weg. Keine Ahnung. Bei den anderen konnte ich streicheln und dann ging das automatisch raus. Ähm... Was wollte ich? Ach nee, ich muss ja noch... Ah, ich muss ja noch zu unseren Freunden hier rein. Das hätte ich fast vergessen. Sie hat offen. Sehr schön. Okay. So genau wollte ich es eigentlich gar nicht wissen, aber okay. Hi, Wesley. Warum erklärst du mir dann nicht, wo drauf es ankommt? Neue Bekanntschaft... Ich will keine Bekanntschaft, ich will den Kerl heiraten, Mann. Das dauert mir alles viel zu lange. Weißt du, den anderen konnte ich schon... Mit dem konnte ich schon gehen. Und mit dem komme ich noch nicht mal zusammen. Und ich muss hiermit auch noch mal erwähnen, dass es mir sehr, sehr leid getan hat, dass ich Damon abschießen musste. Er war am Anfang einer meiner Favoriten. Ja, das ist ihm anscheinend auch zu Kopf gestiegen. Oder er ist auch ein netter Kerl, aber nein, ich möchte einen Werwolf heiraten. Du denkst, dass Petty ist schwer zu gewinnen. Und, well, das ist nur weil sie ist. Ich meine, ich habe sie von einem Warlock geholfen, und sie ist immer noch immer schuldig. Wait, du hast... Was? Ariel, ich will nichts sagen, aber du solltest endlich mal deine Haare kämmen. Du hast da immer noch Sträucher und Blätter und weiß ich nicht, was alles da drin. Passt jetzt gerade nicht zu der Geschichte, die er erzählt hat. Ich weiß, aber... Ähm... War ich jetzt bei ihr? Doch, ich war doch gerade bei ihr auch, oder? Ja, ja, ich habe sie, glaube ich, nicht vergessen. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt, aber... Ähm... So, genau. Wo ich noch unbedingt dran denken wollte, dass ich unten die Bären noch einsammeln kann. Thomas ist entweder nicht da, wenn ich ankomme, oder er hat nie eine Quest für mich. Von daher ist das jetzt nicht so schlimm. So, Bären. Sehr schön. So, dann habe ich den Vorrat nämlich auch schon wieder aufgefüllt. Oh, eine Perle. Sehr geil. Jetzt habe ich nichts. Thomas hat auch keine neue Quest. Was ein bisschen schade ist, aber naja, gut. Ich sage mal, man muss ja mit ihm jetzt auch nicht mehr leveln, also ist es jetzt nicht so schlimm. Oh, sehr geil. Die Muscheln brauche ich nämlich öfter. Und Bananen nochmal. Sehr gut. Ich meine, mit denen konnte man auch noch was Gutes zu trinken machen. Bananenshake oder sowas. Und sogar noch ein drittes. Sehr, sehr geil. Okay. Dann würde ich sagen, fangen wir heute mal unten an. Kim. Ja, das glaube ich dir. Was mit ihm zusammenmengt, da würde ich auch nicht unbedingt. Gerne. Ich weiß nicht. Also, ich mag den Typ nicht so. Er ist sowieso voll. Mit ihr haben wir heute Morgen schon gesprochen, glaube ich. Mit dir haben wir noch nicht gesprochen. Nein, jetzt geht die... Warum geht die jetzt zu ihr? Boah, sag mal. Habt ihr sie noch alle? Ja, ich weiß nicht. Mit dir hätten wir uns doch gar nicht reden müssen. Fällt mir gerade auf. Bei ihr haben wir immer noch nicht alle Herzen. Ich finde das schlimm. Immerhin haben wir die von Anfang an gehabt. Stimmt, die haben noch gar keinen, ne? Es wäre vielleicht mal wert, da eine Jobausschreibung zu machen. Können wir hier eigentlich nochmal... Ja, können wir... Äh, da machen wir jetzt die Mohnblumen rein. So. Ja, eigentlich sollte man ja meinen, dass die das alles mitbekommt. Ja. Ich glaube, bei ihnen dauert das auch noch gefühlt ein halbes Jahrhundert, bis wir da endlich mal die Herzen voll haben. Also das finde ich echt schrecklich. So, ihnen hatten wir schon. Das heißt, in der Schule können wir noch weitermachen und Violet müssen wir noch machen. Ich will einen Skateboard-Streaming-Channel starten, aber ich bin seitdem crazy beschäftigt. Der hat ja auch nur ein Herz, ja? Aber dieses verdammte Herz füllt sich einfach nicht auf. Genauso wie bei ihr. Ja, das heißt Kind sein. Leider. So, Violet, du bist die Letzte. Ja, das finde ich auch, ehrlich gesagt, sehr schlimm. Hm, da haben wir schon. Das heißt, wir gucken jetzt nochmal eben im Wald, ob wir hier noch irgendetwas finden können. Ah, endlich nochmal eine Alraune. Sehr schön. Sind ja selten genug im Moment. Nein. Oh, ja, da macht von mir aus auch noch den Baum kommen. Ich habe zwar gerade, ehrlich gesagt, auch daran gedacht, dass wir dann ja noch genug Power übrig haben. Nein. Oh, lässt du mich jetzt mal hier raus und nimmst du das mal an? Ich nehme auch gerne noch Fische, beziehungsweise ich angle auch gerne noch Fische. Aber ich wollte vorher nochmal mit Shelby sprechen. Ja, er müsste es ja eigentlich wissen, muss man dazu sagen. So, ja, also ich habe eigentlich nicht mehr allzu viel zu tun. Deswegen würde ich jetzt sagen, dass ich nochmal eine Runde angeln gehe. Und ja, eine neue Geisterflamme haben wir, glaube ich, habe ich jetzt noch eine gemacht? Doch, ich glaube, ich hatte eben noch eine gemacht. Dann würde ich sagen, treffen wir uns, wenn das jetzt richtig war und ich noch eine neue Geisterflamme gemacht hatte. Moment, mit dir können wir noch sprechen, ne? Ja, ähm, jetzt hat sie mich ganz rausgebracht gerade. Also, ich habe, meine ich, noch eine Geisterflamme gemacht. Sollte das wirklich richtig sein, dann werden wir uns gleich nochmal in der Dämmerung treffen, beziehungsweise beim Zirkel. Wobei, ähm, ja, beim Zirkel nicht mehr allzu viel zu tun sein wird, denke ich mir mal, bis dann wirklich was Neues passiert. Da ist kein großer Fisch mehr drin. Das heißt, ich werde jetzt hier noch der Reihe um ein bisschen angeln gehen. Vergiss mal nicht. Ah, ich wollte gerade sagen, das sah mir doch nach einer pflückbaren Blume aus. Äh, wird jetzt der Reihe nach noch ein bisschen angeln gehen. Und wir sehen uns dann, wie gesagt, gleich in der Dämmerung wieder. Bis gleich. Also, ihr Lieben, ich habe mich vertan. Ich habe zwar die Sachen extra schon mal reingemacht für einen Geisterflammentrank, aber ich habe leider noch keinen gebraut. Das heißt, wir werden uns nicht wiedersehen im Wald, weil wir sowieso nichts machen können, außer die Blumen zu gießen, sondern ich sage jetzt schon mal gute Nacht und bis zur nächsten Folge. Ciao. Am I ready for bed? Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren. Und dann kannst du mich auch gerne abonnieren. screenshot. Spãos. Sp dice. SpID ship. Spad. Spd. Sp. Sp diff. Sp nina.